nicht drüber reden ich mach mal nicht und ich habe keine taschen haben ja ich habe eine dabei ich habe die grafen immer nach unten bleibt einer von euch hier zwei leute machst du mal die karakara bitte aus ja bitte abzeugen nach links die abzweigung nach links da wir gehen jetzt hier mit dem dritten team abzweigung nach links haben kontakt mit ganz viel zombie was was oder wir jetzt links rechts links sehr sehr viele zombies also kommt bitte mal zum linken abzweig darüber los der richtige hier auf den richtigen abzeugen und die manche abzeigen zu wir müssen zurück den linken abzweigen jetzt ende das ende der dann lauf zurück ich würde mal etwas leute ich leuchte euch mal aus immer dann ganz langsam nur steht immer noch am ende da sind so sechs im zombies ich korrigiere acht hier wenn etwas kommt und schmeißt dich auf den boden die hast du gehört ja dann schmeißt ich habe ein paar von oben oh Gott oh Gott oh Gott Was ist das? Oh nein, sie stehen wieder auf! Rückzug! Ich bin auch noch im Tunnel, hört auf zu schießen! Hört auf zu schießen, wir sammeln uns vorm Tunnel! Hört auf zu schießen und rennt! Vorm Tunnel können wir uns besser aufbauen! Habe ich eine Kugel abgekriegt? Komm zurück! Ich hab nicht eine Kugel abgekriegt! SAP hört auf zu schießen und rennt! Nein! Lauf jetzt, verdammt nochmal! Ich leuchte irgendwo! Alter! Da ist Fischer drin, verdammt nochmal! Hat irgendjemand die 88 jetzt gesehen? Negativ? Okay, folgendes! Die, die jetzt nicht mit schwerer Bewaffnung ausgerüstet sind, holen sich einmal ihre schwere Bewaffnung! Ne, du könntest ja schnell zum Transport dienen! Äh, Klaus, bleibt sich! Äh, hier! Ja, steig ein! Kannst du die Stromflinte holen? Äh, ja! Und SMG! Bitteschön! Okay, passt auf! Ihr stellt euch links und rechts vorm Auto auf? Doch! Dann fahre ich mitten durch! Okay! Oh, das ist eine gute Idee! Passt das Ding ganz durch? Ne! Ne! In andere Richtung! Rein passt nicht raus! Was macht ihr jetzt hier? Okay! Zählt auf die scheiß Leichen! Wenn da einer aufsteht, ballert den weg! Ja! Wenn wir gleich rückwärts gehen! Achtung! Vor dem Auto weg! Weg vor dem Auto! Und achtet auf Kreuzfeuer! Nicht, dass ihr den... Vor dem Auto weg! Seid ihr bereit? Ja! Kriegen wir die leicht übernommen? Die bringen sich... Die bringen sich... Okay! Sheriff sagt man hiermit... Bis die Sheriff ist... Der eine im Blau! So! Ihr sichert mich ab! Ich frag sie raus auf den Haufen! Einer macht noch Geräusche! Der hat noch gerülpst! Kannst rangehen! Ja, na kommst du! Sofort! Ich muss sogar Sachen rausgeben! Wir kommen hoch! Wie fühlt man sich so mit nur einer Taschenlampe überwaffnet? Gut! Also gut, er ist skortiert! Mmmh! Hähnchen! Lecker! Lecker, lecker, lecker! Wo ist denn da? Na! Das ist vielleicht ein paar Kugeln weniger! Ok! Rinn auf jeden Fall safe! Keine... Was kommt da? Ja! Ok! Gut! Wie gesagt, Fischer ist im Krankenhaus! gucken jetzt noch das dass das auch wirklich alles durchgegrillt ist ich habe mir also dass ich dann jeder in ein häufiger chef verwandelt hat meine frage eine dumme frage in die runde interessiert uns der part eigentlich gar nicht wie zum bis in los santos irgendwoher gekommen sind nein wir stellen aber keine das macht die mcd dafür würde ich nicht bezahlen das geht in meiner gehaltsstufe knausberg wollen sie investieren und das ist jetzt der fahrtgleich normalerweise kann man draußen da kommen die sachen